mein bürger und herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal heute wie ihr seht mit einer abwechslungsreichen action ich habe mich mal wieder nicht lumpen lassen und jetzt gehen wir mal ein bisschen drauf halten ich habe schön ein paar büllerchen für euch eingepackt richtig schöne teile ps5 bolid hier also sprangischer kracher es wird saftig werden die wärme schön mit dem bengalus zünden herrlich schön im dunkeln so wie ihr euch das gewünscht hat wir haben noch eine dicke tropic cake dabei die ist lecker und wir haben noch superschöne superschocks cirkoblitze richtig alt nwp da freue ich mich schon drauf dabei ist auch noch gigant 3 iskra funke und wir haben auch ein paar bodenwirbel malta kometa richtig nice hier ganz jahresfeuerwerk für die klein und durch silbertürmchen alle auf schlag machen ebenfalls von funke hier so ein schöner feuerfalke herrlich auch in masse gezündet sonderkings ohne ende auf schlag und zum schluss noch ein absolutes schmanker die 1 von alpha und die drei und die fünf wir werden alle auf schlacht sind das wird nice alles klar würde ich sagen bauen jetzt auf sehen was gleich bei der zündung jetzt haben wir alles schöne aufgebaut und mit tapematch verleitet hier die wunderschönen giant von iskra und die tropic bengalus haben wir auch alle richtig schön mit tapematch verleitet alle richtig schön hingestellt die silbertürme von funke alle bombenrohre polen deutschland alles ist am start etliche zählzimmer durch wollte mehr solche massenzündung dann leigt es doch jetzt schon mal gern die feuervögel von funke richtig nice schönen masse und die malta bodenwirbel super schock und von superpower richtig schöne zirkoblitzer wunderschöne riesenraketen von iskra wir haben die eins die drei und die fünf die werden wir jetzt auf masse zünden und beginn werden wir jetzt mit den richtig schön feuerfalken und den bodenwirbeln und da geht's mal los richtig schöne masse action Jetzt geht's weiter mit dem Singleschutz. Richtig nice. Und los geht's. Die Silberfontäne. Wow, die sind ja ganz schön hoch, die kleinen Dinger. Hätte ich es nicht gedacht. Kurz und knackig. Iskra, das ist Tropic. Wow, die Tropic ist ja nochmal der Hammer. Die Superschock. Und jetzt nicht viel weg. Wow, alle Richtungen. Die Bengalo-Action mit den Böllern, alles klar. Dann wollen wir es mal direkt anzünden hier. Hilft da alles nichts. Und let's go. Wäre mal gespannt. Los, man hat die Böllchen. Feuer. Ruhig ein bisschen weiter werfen, ne? So, muss das hier scheppern. Boah, was er zaumt hier, ey. Aber sind die Böllchen alles an? Ich glaube, zwei sind es nicht an. Raffeln, die Kiste. Hier wackelt die Putze. Boah, Blitzgewitter in der Nacht. Ja, Böllchen, wie verrückt hier. Richtig schön die Putenschläge. Und die Tropic. Ich glaube, das war ein Tubokalab-Wissling-Thunder. Krass. Schaut's euch an. Zwei sind nicht angegangen. Leider, leider. Egal, die zünden nur spät. So, dann werfen wir die letzten beiden. Alles klärchen. Und dann sieht es auch schon gleich aus. Vier Inch. Und los geht's. Mach das auf keinen Fall nach. Boah, was eine Shell. Der Hammer. Und jetzt geht's direkt weiter. Mit der Iskra. Eins, drei und fünf. Riesenrakete von Funke. Und jetzt nix hier weg. Wow, die kommt bis zum Bohren zurück. Okay, gingen nicht alle an? Dann zünden wir direkt noch zwei nach. Ja, euch gefällt das ja eh so besser. Und weg. Hammerschall hier, Hammer. Vier Inch-Murmel. Und los geht's. Das ist Klassik versus Funke. Jeweils doppelt geschossen. Und weg. Und es geht direkt weiter. Lass uns mal versuchen, drei zu machen. Klassik versus Funke. Und weg. Und weg. Und weg. Und direkt die letzten vier. Und weg. So müssen Raketen kommen. Vier Inch. Drei Inch. Zwei Inch. Und nachher die schönen Raketen von Funke. Alles klar. Und dann geht's hier mal direkt los. Und weg. Jetzt kommt das Feuerwerk. Das war doch mal der Hammer. Und jetzt werden wir direkt noch ein paar Raketen hinterher zünden. Das wird lecker werden. Saftig und luftig. Vier Stück. Und weg. Boah, kam die tief. Jetzt haben wir hier richtig schön alles verladen. Und mit Tape Match verleitet. Das wird richtig Specialty Wupps. Alles klar. Und dann würde ich sagen, geht's auf zur Zündung. Und jetzt weg. Ja, Mann! Ja, Mann!